Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es endlich mal wieder Highlights von einem Turnier. Das letzte Mal ist ja glaube ich mittlerweile schon mehr als anderthalb Monate lang her. Und zwar gibt es heute die Highlights vom Graal Cup. Ich hoffe euch gefallen natürlich die Highlights, wenn das so sein sollte und ihr in Zukunft auch keine weiteren Highlights mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem, wenn ihr mich auch live bei den ganzen Turnieren sehen wollt, sowohl jetzt natürlich bei den ganzen Daily Trio Cups als auch bei den Trio Cash Cups und den Solo Cups natürlich, dann könnt ihr gerne auf Twitch ein Follow da lassen. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit den Highlights. Ah, jetzt sind hier zwei Gegner. Geil. Ah, soll ich einfach weggehen? Ich hatte einen Moment offen und werde erst dann gefühlt dann auch tot gelasert. Ein Jagdgewehr da oben. Oh, geil. Oh, geil. Oh, geil. Marodire noch. Besser, also, ganz ehrlich, besser, äh, besser kann es gar nicht mehr werden. Wir können einen doch normalerweise hier drin nicht sehen. Oh, geil. Oh, der kämpft da oben. Alter, ist es laut. Alter, ist es laut. Oh, defaus, ist es laut. Ihre. Bumm, möglichst weit, ohne abgeschossen zu werden. 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 Er ist unten im Keller. Ah ne. Er geht wieder nach oben. Wow. Okay, mit einem 6-Head. Auch nice. 15er Shot. Ihre. Wo ist er? Oh. Er ist unten. Oh, die Musik ist so laut. Gut. Ehre. Auch einfach so eine legendäre Tag. Finde ich auch ganz nice. Ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich mich da nicht schon ziemlich cool fühle. Da kann ich mir das Grinsen auch nicht verkneifen. Bumm. 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 Das war ein bisschen lost. Bumm. 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 Alter, ich bin dauerhaft Rick and Rick. Wo ist die Endzone? Natürlich ganz oben im Norden der Karte bei Steamy Stacks. Dann lande ich einmal hier, oder lande ich zweimal hier oben. Und natürlich beide Runden. Ist einfach wieder die Zone auf komplett im Süden. Okay. No way. Oh, lost. Yes, Shieldcrack. Oh, scheiß drauf. So nicht. Nice. Das hat sich ja gelohnt. Oh, man. Shit, 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 shit. No way. Okay. Okay. Es ist 1-Hit. Nein, ah shit Easy Easy Easy